Ich bin noch nicht so weit. Immer gemacht. Ich bin noch einmal. Ich bin noch nicht so weit. Ich bin noch nicht so weit. Komm, ich bin doch mit der Maschine. Kitt. Fertig. Prost. 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 Verzieht ihr mir eine ähnliche Organisationsformitee, vom Kaffeeclänzin? Ja, jetzt haben wir ein Jahr hier den Tisch reserviert. Ich muss jetzt nicht mehr mitten auf der Blüte. Oh, wir haben auch alle die Leute sehen gekonnt. Man verstehen kann sowas auch noch. Wann stellen wir noch? Guck mal, die gucken alle die Eltern. Ja, guck mal, ihr habt nur zwei Drogen für euch. Aber ich habe euch ja gut. Geht ihr euch gut? Ja! Ja, geht ihr euch gut? Ja! Dann geht ihr euch gut? Ja! Aber ich wollte sagen, jetzt müsstest du mal dein Gesicht tragen. Wollen wir den Leuten noch erzählen, was noch unterwegs war und was schon alles passiert ist? Was wir heute gesehen haben? Ja, wenn wir schon mal hinsetzen und hier noch so, dann sind wir im Moment auch ruhig. In jeder Straße, in jedem Haus, in der Altstadt, da kennen wir was aus. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Also... Und noch dann noch eben auf der Wege... Dumme Ziege. Mit er keinen neuen Mädchen aus dem Wohlerhausenbetz. Ich jung war gar vergnicht zu spitz. Ent wurde eben entlang ich. Hat der Wohler auch immer pampig. Es beruf noch ebenst, weil kann ich sagen. Drum weils ich jetzt nicht auf sie lang. Und dann da trägt es hier der Schlut. Gar nicht gut. Sag mal, jetzt ist das schon mal hinten geschwätzt. Denn Klaus Otto ist wirklich in Paris angeplatzt. Im Ernst? Nee, nicht im Ernst, denn sie klingt. Au, 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 au. Hoi, oi, 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 oi. Au, 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 au. Ja, ja, Klaus Otto, das ist noch ein verbreiter Kerl. Nur Schleswig-Holand und immer nur am Lamentieren. Ja, den haben sie als Kindkunde hier schon keiner leidern. Da haben sie immer rein Blut durch, mit dem Hals gebunden, damit wenigstens der Hund mit dem Spiel. Junge, 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 Junge. Na kennen uns städtchen durch und durch. Dort schwiegen die kleine Hals durch. Nun, da kann man ein Mädchen und ist der Kat. Und ich muss sagen, da hat er was. Wir hätten aus dem Hotel am Durchladen und die sahen, die wir nicht weit mitladen. in der Schnauz von Elie Holzrot, Gott hat großen Angebot und alle kommen und der Stolmix ist immer Biss. Und ich glaube, der ist nur in der Knoll. Ich glaube, der ist nur in der Knoll. Ich glaube, der hat nur an sich selber Spaß. Ey! Ja, ich mach mal. Ich bin zum Abendbart. 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 Er führte nur sieben Gäschchen. Ein Mensch kam aus Lauserbrück. Wir hätten zwischen sieben genügt. Aber es ist nicht so draus. Au 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 au. Oh mein Gott, Lausbrück. Wer ist denn da? Ich will noch so. Und du warst noch Top aus. Doof. Ich muss noch die Einleitung noch mal spielen. Hier kam der Mensch aus Red, Red und Rot. Hier kam der Mensch aus Red, Red und Rot. In den anderen Risch kam der aus Marmarisch. Kommt das mal wieder als Gewicht. Mit ner Oberweige zum Krausen. Na, mit meiner Wohl. Da fern aus Spurz und Hosen. Au 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 au. Oui oi 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 oi. Au 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 au. In den anderen Risch. Ich sah nur Eichelhaar. Wolltest du nicht letztens in der Apotheke? Ja, wollte ich dir noch erzählen. Da wollte ich Medikamente holen. Und die sind ja immer so ein bisschen ethypetent. Da hab ich gedacht, ich veräppelt es immer. Ja, was hast du gemacht? Hey, ich drischte meine Medikamente dahin. Und du sagst, die hinter dem Tresen möchten sie ein Tütchen haben. Da hab ich gesagt, wenn man jetzt anfängt zu kippen, dann werde ich nicht mehr das Problem gehabt. Vielen Dank. Lassen. Gestern war es der reichte Rhythmie. Jetzt ging es durch ganz Germany. Wir spielen immer eine Medikamente. Melodie. Wir zeigen dir eine Lassen. Gelände in Gästeig? Wer mit dem Or�리 matches die Strahl? Ich war angestellt, denn alle standen aus Ingelheim und mir die Wünschten alles mitbevollt war da herein. Denn Mädchen kommen aufs Obergräß, da beweilen dich Kabel mit der Gäß. Doch war noch das Ausbrühen ganz, ganz schön. Joli, 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 aow, 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 aow. Oei, oi, 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 joli, 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 joli. Mir em Addien jetzt aus Wirtschaft, da tarten da sie Ganzen, Gebirgsburg. Wir kann den Mädchen aus Badberg zeigen, dort war uns immer Vollanlagen. Wir kann den Mädchen hoch aus Kiel, dort hat er tatsächlich in Brust zu gehen. Doch wir hat aus Wunder die Leben, nur ganz blöd. Hör mal, du kennst dich doch noch Wein aus. Ja. Du lässt mir auch schon so manche Läden machen. Ich hatte nächste Woche Zeit und meine Frau auch. Kannst du mir doch einen guten Wein empfehlen? Ja. Geht drauf an, was willst du dann? Wirst du mehr feiern oder willst du eher was vergessen? Ja. Wir wollen schon feiern. Wir wollen dann auch noch weg. Wir fahren nach Neuseeland. Neuseeland? Ganz weit? Ja. Und möchtest du dann, dass das der Goldenhof zahlt? Ja, dann hol ich dich doch ab. Deutschland war jetzt abgetrast, jetzt wurde in Europa rumgerast. Musik Das wird neulich verbrochen. Viele trochene Menschen in Chilisabon Da tanke man aus Spanien schon Unruhe oben aus Herz sind die Vernaut noch vor wie schnell sind die Man kannte den Menschen, was regt ja mit Doch hier ist der Ort so manchen Dreck Und was fragt und rief plötzlich Huch! Die Geburt Jetzt kommt der Film in den Mund Er schreit und er hat den Spaß dabei Ja!